die so eine Kiste das Leben immer die Lava sollte man auch wenn ich meine Anrichtung spielte auch so auch Lauer nicht einfach Marc 2 2 1 reist ein halber Jahr 2 nicht auf ein Leben ein ja gestern er hat schon eine Hose die Skate oder die Kiste ich wollte vorbeisch ja das ist Prozent ich habe keine Worten den Kampfer was hätte bis der beste Ort Bitteschön fuck fuck das ist so laut gröbsch, dass ich sie aber nicht hören konnte und dich nicht Och nö Och nö, schon runtergefallen Und guck mal wieviel Eier wir schnappen Oh man Ich bin runtergefallen, oh ich bin nett, geil Ja komm lass dich mal ein bisschen schneller gleiten hier du scheiß nett Ich bin nett Ich bin mal eben was trinken, ne, ich gleite grad hier Eno da und so Mhm Boah, Mann Irgendwie Wir sind hier keine Kisten Wir brauchen mehr Kisten Mehr Kisten Wochen mehr Kisten, so, Friede, mehr Kisten, so, Spendat Kisten, so Spendat Kiste Spendat Kiste Let's Boots rum Oh Let's Tagepark Und ich bin Grundstagsfall Kannst du mal oben bleiben, bitte? Wie oben bleiben? Auf der Plattform, ich muss mich sporten Kann ich grad nicht, bin grad Äh, weit weg, weit Dann spawn Ja nö, ich hab grad die Kiste in Aussicht Ich sterben und spawn Ja Kiste, nö Da 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 Sag meine Kiste Ich verschlage Stein mit der Hand Kiste Eine Kettenhose Ein Erschaffes Skelett Ein Papier Erschaffe Magma Style Setzlingen Pflastersteine und ne Axt Lass mal Tor spielen, ich hab ne Axt die 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 wie soll ich auf die Plattform kommen das frage ich mich auch gerade ach da hinten ist das gut wenn man eine Minimap installiert hat wenn man keine Orientierung hat Nein! Nein! Ich bin davon! Scheiße! Jetzt ist es ein Eisenhelm, Eisenspitzsacke! Ich hab ne Erfnusserl! Zieh dich damit auch an! Nein! Oh Obsidian! Weg dich! Was denn? Hi! Hallo! Bin runtergefallen! Nein! Not like you! Ich bin besser als du! Huhu! Huhu! What's up? Per- 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 Was los? Oh spinnens! Ich bin Wasser gelandet! Boah geil! Boah! Ah ich bin der Hallo! Guck mal rechts! Was? Ich bin wieder runtergefallen! Erstmal Melonen, Simon! Ähm! Ich koch dir zu! Oh! Willst du runtergefallen? Oh ich auch! Oh das, 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 das ist Ender Portal! Äh! Du weißt schon! Du weißt noch, ne? Das ist mein, ne? Ender Portal! Genau, what I mean! Ender Portal! Ender Portal! Ich denke, was ich da gesagt habe! Ich hör dir eh nicht zu! Ganz greif! Ich hör dir eh nicht zu! Ich würde jetzt sagen, das ist böse aber! Mach das schon! Aber, es stimmt! Wieder, wieder Daumen gefoilt! Mhm! Ich bring jetzt mal schräg! Oh, geht nicht gut! Nein, nein, nein! Au! Ich bring jetzt mal schräg! Nein, geht nicht gut! Au, au! Fuck! Also, drück mal T und dann guck mal! Was denn? Was ist denn dann? Drück mal T! Hä? Ja? Also, das muss sein! Woah! Egal! Guck mal jetzt hier! Dann da! Direkt beim Ender Portal soll ich reingehen? Nein! Wie geht man da eigentlich rein? Einfach in die Mitte gehen, ne? Nein! Wie denn, hä? Muss man Code eingeben! Wie Code eingeben? Da kommt so Passwort! So! Also, das muss man da eigentlich rein! Oh Junge, hör auf! Oh, ich sterbe jetzt! Also, doch nicht reingehen! Nicht reingehen! Wir brauchen erst gute Sachen! Ja, aber wie kann man denn da reingehen? Einfach reingehen! Aber wie du machst das, Alter! Ich hab's gemacht, aber bin dann gestorben! Nein, bist du nebengesprungen! Eben nicht! Ich stand auf dem Rand mit einem reingelang! Da kann man wohl schlecht failen! Obwohl, das würde ich schaffen! Gib mir eine Minute! Oh, ne Kiste! Hi! Nö! Milch, Plastersteine, Setzling, Bye! Hi! Hi! Wo sind denn noch Kisten? Kiste, Kiste, Kiste! Auf Kistopia! Boah, heute im Singleplayer, da hab ich so richtig viel gefunden! Spielst du das auch nur Singleplayer? Das ist so langweilig! Einmal Multiplayer, einmal Singleplayer! Oder nett! Let's play's doch nicht! Achso! Hm! Hm! Was wenn doch! Nein! Was wenn nicht! Das hier wird nie abgeloadet! Hallo Leute! Willkommen zurück! Ah, ein Zombie irgendwo unter mir, hinter mir! Geh, jetzt das mal erst mal pennen! Ja, so antwort mich! TP, Hesslund, Bro! Andersrum, Bro! Andersrum! Kann ich nicht auch noch in dem Bett schlafen? Oh, ne, geht nicht! Hm! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Na, wie geht's denn unserem, unserem, unserem Schneemann? Unserem Schneemanniken! Ich erweitere mal, die Base, dann haben wir... ...mehr Platz! Ich bin ja auch mal, dann haben wir, äh... ...keine Ahnung, mehr Tode! Weck mich! Mehr Devs! No! Mehr Devs! Sammeln was! Oh, ich bin tot! Ach ja, auch geil, einfach eine Linken-Maus-Taste drücken! Lolo! Lolo! Erstmal mach... Stieh, ist das schon die ganze Zeit zu Ende! Erstmal neu anmachen, so! Du bist tot! Mhm! Ganz ehrlich, mach ich jetzt auch mal eine Playlist hin! Sind zwar wenig Lieder, aber... Aber, pfff! Film mit Copyright, ne? Minecraft-Playlist! Langweilig! Oh! Bisschen laut! Du... 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 Ohne Copyright von Tupac... Ey, Mädchen! Bist du schon wieder gemuted? Not! Schade! Ich kann mich gerne mit meinem Willen! Ach, will ich aber nicht! Komm, komm, komm! Reise an! Sprich mich auf! Hallo! Ja, Bro! Jetzt haben wir uns alle wieder lieben und machen wir weiter mit unserem News Business! Scheint... Cutie! Du beunruhigst mich irgendwie! Ich mich auch! Boah, jetzt bin ich runterge... Jetzt bin ich runterge... Ich hab immer noch ein halbes Herz! What a...